Der Egedienberger ist eine 1981 von Walter Feldmann Senior und Walter Feldmann Junior begründete neue Pferderasse, die aus einer Kreuzung von Isländer und Paso Peruano hervorgegangen ist. Hintergrundinformationen zur Pferdebewertung und Zucht finden sich unter Exterieur, Interieur und Pferdezucht Exterieur Der Egedienberger ähnelt im Aussehen stärker dem Isländer als dem Paso Peruano, entsprechend dem höheren genetischen Anteil des Isländers. Sein Körperbau ist harmonisch, der Hals in natürlicher Aufrichtung gut aufgesetzt. Sein Kopf ist kräftig, Mähne und Schweif fallen nüppig. Er hat einen tragfähigen Rücken, eine kräftige, häufig steile Schulter, eine leicht abfallende Gruppe und wenig Köthenbehang. Interieur Der Egedienberger steht im Typ zwischen Pferd und Pony und kann daher als Kleimpferd bezeichnet werden. Vom Isländer hat er hohe Ausdauer und Widerstandsfähigkeit sowie ein lebhaftes Wesen geerbt, vom Paso Peruano das größere Stockmaß. Beide Ursprungsrassen konnten ihre Trittsicherheit mit einbringen sowie die natürliche Veranlagung zu Tölt und Pass. Aufgrund seiner großen Ausgeglichenheit eignet er sich gut als Freizeit- und Familienpferd. Zuchtgeschichte 1981 wurde anlässlich eines Besuches der peruanischen Pferdemeisterschaften durch die Herren Walter Feldmann der Plan gefasst, durch Kreuzung der beiden Gangpferde Paso Peruano und Islandpferd eine neue Pferderasse zu züchten. Die jeweiligen Vorteile beider Rassen sollten in einem in Egedienberg aufgelegten Rassezuchtprogramm vereint werden. Zuchtziel war ein Gangpferd mit großer Ähnlichkeit zum Isländer, das die Geschwindigkeit des Isländers bewahrt. Dabei eine Tölt- und Fundamentverbesserung, ein höheres Stockmaß und eine größere Temperaturtoleranz und die Rassegegebenheiten des Paso Peruano wie exzellente Natur-Töltfähigkeit und größeres Stockmaß besitzt. Ohne die Robustheit und Leichtritigkeit des Isländers zu verlieren, Zuchtmethodik Durch die Paarung eines reinen Paso Peruano-Hengstes mit einer reinen Isländer-Stute wurde die F1-Generation geschaffen. Diese F1-Generation wurde danach in einer Anpaarung mit einem Rhein-Island-Pferd rückgekreuzt. Das Ergebnis war die R1-Generation. Im folgenden Zuchtabschnitt wurde diese mit der F1-Generation angepaart. In Folge entstand das Endprodukt, eine Fünf-Achtel-Kreuzung aus Islandpferden und Paso Peruano, das über Fünf-Achtel-Isländisches und drei-Achtel-Peruanisches Blut verfügt. Der Erfolg zeigte sich in der Anerkennung als eigene Pferderasse mit dem Namen Egi Dierenberger, der so auch im rheinischen Pferdestandbuch und verschiedenen Zuchtverbänden eingetragen ist und ebenfalls vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft als eigenständige Pferderasse anerkannt wurde, die Rassestandards. Die Kreuzung beider Rassen ergibt, wie bereits im Zuchtziel beschrieben, durch den Einfluss des Paso Peruanos ein kooperatives, mittelgroßes, robustes Pferd mit Anmut und Leichtigkeit. Das Natur-Tölt zeigt und ein recht starkes Fundament hat, als neue Kreuzungsrassen sind die Egi Dierenberger genetisch noch nicht absolut gefestigt. Sie haben gelegentlich Nachfahren mit schlechteren Eigenschaften, als es dem Rassestandard entspricht. Mit diesen Pferden wird nicht weiter gezüchtet, sie werden aber als Reibpferde gehandelt. Im Jahre 2004 gab es Versuche, die Zuchtlinie für Egi Dierenberger auch für andere Rassen zu öffnen, um sie in die Zuchtlinie einzubringen. Damit jedoch würde der gewollte Fünf-Achtel-Zuchtmix aus Isländer und Paso Peruano verschwimmen, was auf Widerstand stieß. Fünf-Achtel-Zuchtmix aus Isländerberger